Servus Leute, ich wünsche euch einen schönen vierten Advent. Morgen ist Weihnachten, ich hoffe ihr habt alle eure Weihnachtssprinkel geglaubt und den Newsletter abonniert. Jetzt kommt unser neues Leuchtturm. Wir sind uns niemals weg und alles ist wahr, es ist doch wunderbar. Du bist für mich immer da, wie eine Luchtung für die Schiffe, für den Seemann in der Luft. Leutest du mir nicht nur einmal, sondern für immer auf einem Weg. Wie ein Zauber für die Flieger, wie ein Koppel für den Pilot. Leutest du mir nicht von mir nach mir, gehst du sicher an mein Ziel, an mein Ziel.